Jungs muss weg! Danke, Polizei! Hey, 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 hey! Was macht ihr? Ich fahr dich nicht mehr! 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 Hey! 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 Hey, der sucht gerade hier! Es ist alles, wie ich will! Ich fahr dich nicht mehr! Hey, hört drauf! Hey! Was macht ihr? Hey, lass dich sofort raus! Was soll denn? Ich fahr dich nicht mehr! Rechtfertigst du es einmal! Ich will die Dienstnummer haben vor dem! Ich fahr dich nicht mehr! Keine Heimat haben wir hier! Ich fahr dich nicht mehr! Was war das? Ich sag's für uns da! Und schau dich nicht mehr! Schaut, was ihr macht! Schaut, was ihr macht! Ich hab's nicht angeschaut! Nicht hier! Oh! 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 Ich hab's! Das muss Konsequenzen geben! Für jeden! Wir kommen zu slowen! Michael, wir wollen zum David! Weiß ich nicht mehr! Staliner, komm her zum Walz! Wie ist das David? Wir wollen zum David vorab! Ich war's nicht! Wie weißt du, David? Ich war's nicht! Wir wollen zum David vorab! Was ist mit euch? Und die ganze Welt hat's g'senkt! Die ganze Welt hat's g'senkt! Die ganze Welt hat's g'senkt! Alle haben's g'senkt! Müsst ihr euch jetzt selber schützen? Müsst ihr euch jetzt selber schützen? Müsst ihr euch jetzt schützen lassen? Es war alles friedlich, was soll ich denn? Rechtfältig ist das! Wir sind für euch genauso da! Wir haben uns bedankt bei euch! Wir haben uns bedankt bei euch! Und jetzt verletzt die Leute! Der blutet am Kopf und alles! Ich hab's die Leute verletzt! Das ist ein alter Mann! Kannst du die Kappe mal aufholen, bitte? Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede, Freiheit, keine Mikratur! Wir sind friedlich, wir sind frei, wir brauchen keine Gestapo-Polizei! Geh! Geh bitte! Geh weg! Geh weg! Anders, mein Polizist, ich siehste! Schade sein! Volle giftig! Wo ist einer? Nein, nein, du kannst ja aber einen alten, der auch in die Zukunft! Ja, und den schon, aber einen alten, der was wirklich, den kennen wir jetzt schon von einigen Themen aus, und da ist das Problem, der ist 80, der ist 80, der ist 80, der ist 80, und der... Wir haben uns bedankt bei Ihnen, dass alles friedlich abgelaufen ist, und jetzt sowas! Jetzt sowas! Jetzt sowas! Du bist ja alles gut da, gell! Das war über Leid, was reingelaufen ist, mit der Tracht, bevor der Vater ist. Ich wiederhole, die Durchsage der Landespolizeidirektion, diese Versammlung ist aufgelöst. Strömen Sie auseinander, verlassen Sie den Platz! Wir müssen einen Dave suchen! Wir müssen einen Dave suchen! Wir müssen einen Dave suchen! Wir müssen hier aufgelaufen! Wir müssen jetzt aufgelaufen! Wir müssen jetzt aufgelaufen!